Musik Die Musikalische Grundschule gibt es seit zehn Jahren und in sechs verschiedenen Bundesländern. In Hessen, in Berlin, in Bayern, in Thüringen, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Unsere Schule ist eine von 400 musikalischen Grundschulen. Musik Dann macht mit bei der Filmaktion zehn Jahre musikalische Grundschule. Tasten, Röcklen oder Springen, Schlagzeug spielen, Lieder singen, richtig hocken, nicht zu stoppen, denn ich mach Musik. Dienstbesprechung, Konferenzen, Arbeitsplanung, Kompetenzen, alle Fächer gehen, das hat alles auf die Musik. Musik Wie können wir denn mitmachen? Ganz einfach. Zum Mitmachen braucht man eine Idee. Und jemanden für die Regie. Man braucht auch jemanden für Licht und Ton. Und für die Kamera. Wir brauchen auch jemanden, der den Film schneidet. Heilschloch! Zuerst müssen wir drehen. So klingt in der Schule. Musik Wer mitmacht, kann auch was gewinnen. Was kann man denn gewinnen? Das erfährt ihr auf der Webseite der musikalischen Grundschule. Zeige, Schule blinkt! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020